Wann kriege ich deine Korrekturen für die Anmoderation, Lee? Wir haben noch ein paar Änderungen. Hat jemand Ron gesehen? Und wann kriege ich die? Vor der Sendung oder nach der Sendung? Du richtest einfach die Kamera auf mich und dann schaukeln wir das zusammen. Das klingt immer so simpel und ist doch so bescheuert. Edgar Rosenthalts Büro hat angerufen. Er schafft es heute Abend nicht. Das ist jetzt die siebte Verschiebung. Dann nehme ich es zu den offenen Terminen. Was? Er verschiebt ein Essen mit mir zum siebten Mal? Ja, das stimmt. Alan, kommst du mit dem Geigen rüber, bitte? Ed, hier ist Bill Gates. Schönen Sie, ich hab mir das nochmal überlegt mit meinem Ruhestand. Ich kaufe Ihren Laden auf und schicke sie aufs alten Teil. Echt? Nein, Lee Gates. Gut. Reden wir später. Klar. Kein Abendessen. Lee, hier spielt die Musik.